Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück bei iKuchen. Ihr habt abgestimmt. Obwohl es gar nichts zum Abstimmen gegeben hat, werde ich jetzt erstmal die Videos so machen. Es ist Lockdown, sonst würde ich natürlich super gerne bei der Kälte und 0 Grad irgendwie draußen rumsitzen und 15 Minuten mit der Kamera quatschen. Schade, dass das nicht klappt. Naja, wir haben alle Opfer zu tragen. So, ich mache die Kamera nochmal ein kleines bisschen runter. Ja, heute geht es mal um eine Sache, die mir halt immer wieder vorgeworfen wird. Und Bruder, ich nehme die Klicks natürlich immer gerne mit. Und vielleicht reagiert ja auch der ein oder andere Modeblogger drauf und es entsteht jetzt der neue große Beef. Wir schauen einfach mal. Und zwar geht es darum, dass ich jetzt nicht immer, aber jetzt schon vereinzelt Kommentare lese, wie ja, KuchenTV, der hat ja gar keinen Style, Digga. Was trägt der für Klamotten? Ultrahässlich, der weiß gar nicht, was gut aussieht. Und generell zu solchen Leuten möchte ich halt einfach mal was sagen. Und wie ich auf das Thema gekommen bin, ist sehr lustig. Ich habe irgendwie auf iKuchen, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein paar Wochen, glaube ich, schon ein Video hochgeladen, wo ich diesen MCM-Anzug da anhatte. Und da hat mir auch einer in die Kommentare geschrieben, ja, KuchenTV, cooler Typ, aber der hat ja gar keinen Style, das muss man einfach mal zugeben. Und der Kommentar hat auch irgendwie ein paar Likes, wo ich mir auch dachte, okay, naja, komisch. Jetzt habe ich ja dieses Umstyling mit Miguel Pablo gemacht. Ja, da hat auch ein Typ drauf reagiert. Miguel Pablo, KuchenTV, Reaction, Umstyling. Mal gucken, findet man das so? Das sind ja schon sehr viele Keywörter jetzt. Ja, tatsächlich, Digga, Patrick Spector, keine Ahnung, was der sonst so macht. Ich glaube, der feiert auf jeden Fall Schmuck an den Händen, so wie ich das gerade gesehen habe. Wie gesagt, ihn kenne ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass er das Video hochgeladen hat. Schlechtestes Umstyling ever. Dazu muss ich sagen, ja, war jetzt natürlich nicht krass. Also das Ding ist, durch den Lockdown ist natürlich halt einfach alles zu. Ist klar, ich habe mich mit Miguel Pablo getroffen. Da will man das, also wollen wir es natürlich auch nutzen, oder wollte er es auch nutzen, dass wir noch was für seinen Kanal drehen. Und dann hat er einfach nur Klamotten genommen, die er halt zu Hause hatte. Und dann habe ich halt diesen Kenzo-Pullover bekommen. Und die Jogginghose, die Schuhe habe ich da gelassen, weil die waren zu klein. Der hatte nicht mal Schuhe in meiner Größe. Ja, war jetzt natürlich kein krasses Video. Müsste man halt außerhalb des Lockdowns halt machen. Aber darum geht es auch gar nicht. In den Kommentaren stand auch so, ja, KuchenTV, der hat einfach keinen Style. Und ich meine, das ist generell so eine Sache, wo ich einfach mal Stellung zu beziehen wollte. Also nicht grundsätzlich, weil das gegen mich geht, sondern einfach, was heißt denn Style haben? So, weil das ist deep, oder Digga? Was ist Style? Was ist das Leben, Digga? Was ist das Universum? Ist das alles oder ist das nichts? Nein, keine Ahnung. Das Ding ist, ich verstehe halt solche Kommentare halt irgendwo nicht, die einfach sowas sagen, wie ja, generell hässlich, was ihr trägt, so der hat keinen Style. So, weil das Ding ist, ich meine, ich kaufe mir die Klamotten, weil ich die halt cool finde, so. Das heißt, vielleicht treffe ich dann euren Style nicht, aber es gibt ja nicht den einen Style und den muss dann jeder gut finden, so. Ich meine, wer sagt denn, was gut aussieht und was nicht? Und wenn ihr jetzt zum Beispiel jemand seid, der einfach grundsätzlich alles feiert, was jetzt zum Beispiel Louis Vuitton rausbringt oder MCM oder Off-White oder von mir aus auch H&M oder sonst irgendwas, Bro, dann seid ihr keine Mode-Experten, dann seid ihr einfach Mainstream-Mitläufer, so, ja, und deswegen ist das halt so eine Sache, die ich persönlich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich weiß selber, dass ich einen sehr ausgefallenen Geschmack habe, was Kleidung angeht. Ich habe es jetzt leider nicht hier, aber dieser rote MCM-Anzug, ich meine, da hat mir auch einer geschrieben, so, das würde nicht mal K1 tragen, wo ich mir so dachte, ach so, ah, K1 ist jetzt also so, das Niedrigste und darunter darf man dann halt nichts anziehen. Gut, Digga, das wusste ich jetzt persönlich noch nicht. So, das Ding ist halt, wenn mir das persönlich gefällt, so, dann kann ich den doch anziehen und ich meine, insofern hat das ja trotzdem Style, weil das ja wirklich ein festgesetztes Outfit ist, also die Hose und der passende Pullover oder wie auch immer ihr das nennt dazu, das hat ja quasi schon Style. Die Frage ist ja nur, gefällt euch das oder gefällt euch das nicht? Und das ist ja grundsätzlich immer die Frage, die man sich halt stellen muss. Ich persönlich finde nicht, dass es Menschen gibt, die gar keinen Style haben, sondern Menschen haben höchstens einen ausgefallenen Style, der einem selber vielleicht nicht gefällt. Also ich bin ja selber viel im Internet unterwegs und ich werde auch viel gefrontet und ich gucke mir jeden Tag hunderte Profile an, das ist ein bisschen übertrieben, aber ein paar Profile gucke ich auf jeden Fall an. Und da sind voll oft Leute dabei, die sich anziehen, Digga. Da denke ich mir auch so, what the fuck, so würde ich halt nie im Leben rumlaufen. Aber wahrscheinlich denken die halt genauso über mich und andere denken ja auch so über mich. Also deswegen ist halt so, für mich einfach das Ding, es gibt, finde ich nicht, dass man keinen Style hat, sondern man hat dann halt höchstens einen Style, den halt einigen Leuten, denen das halt nicht gefällt. So, ich meine jetzt zum Beispiel habe ich auch, ja, hier ein langen Arm-T-Shirt von Burberry zum Beispiel an, da steht einfach Burberry drauf, der ist halt hier. So Dings, ich meine dazu auch passend auch eine gelbe Jogginghose, aber heute ist auch Chill Day, deswegen war das jetzt auch überhaupt gar nicht passend rausgesucht. So, aber viele Leute werden jetzt sagen, oh, das passt ja gar nicht, sieht richtig hässlich aus. Digga, ich finde das so in Ordnung, Mann. Ich finde, das ist halt einfach mein Style und ich finde, dann kann man ja nicht sagen, oh, das ist aber ultra schlecht. Ich bin zum Beispiel immer wieder auf Bräuninger und so unterwegs und gucke mal, was da so abgeht, ob da Sachen im Angebot sind, irgendwelche Rückläufer oder whatever, die man sich dann relativ günstig holen kann. und da war einfach ein Pullover, der hat halt quasi also dieses Ding hier oben gehabt am Hals und hier unten dieses Band, wo halt der Pullover aufhört. Und der war nicht voll mit Stoff, sondern da hingen halt so einzelne etwas dickere Fäden runter. Das in verschiedenen Farben, das war der Pullover, also der hatte überall Löcher. Da habe ich mir auch so gedacht, Bro, also wer trägt das? So, aber anscheinend gibt es Leute, die sich da hingesetzt haben, die den gemacht haben und es gibt wahrscheinlich auch Leute auf dieser Welt, die jetzt mit diesem ja kaputten Pullover rumlaufen, der übrigens 600 Euro gekostet hat. Ich habe jetzt überlegt, mir den als Joke zu holen. Wenn er 100 gekostet hätte, hätte ich den mitgenommen, aber bei 600 dachte ich mir auch so, Bro, da bin ich halt nicht drin so. Und klar, das finde ich persönlich halt hässlich, aber andere finden das halt wiederum hübsch. Und selbst wenn man jetzt sagt, uh, aber die Farben sind ja überhaupt nicht kombinierbar so, dann ist es ja auch deine Meinung so. Jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung von Farbe. Ich habe zum Beispiel eine leichte Rot-Grün-Schwäche, also nehme ich ja Farben schon mal anders wahr, als jemand, der halt normal gucken kann beispielsweise. Und klar, es gibt Farben, die passen vielleicht so jetzt tatsächlich nicht zusammen, aber ich wette, es gibt immer Möglichkeiten, die halt zu kombinieren. Und vielleicht feiert man das ja auch gerade, dass diese Farben halt überhaupt nicht zusammenpassen und dass es da vielleicht so einen richtig krassen Kontrast gibt. Also ich finde grundsätzlich zu sagen, uh, der hat gar keinen Style, finde ich wie gesagt einfach dämlich. Weil wer setzt es denn fest? So irgendwelche Modefirmen, irgendwelche Mode-YouTuber? Wie gesagt, dann seid ihr halt einfach Mitläufer, weil ihr euch selber gar keine Gedanken darüber macht, was für euch selber hübsch ist oder was euch gefällt, sondern ihr labert halt nur das nach, was halt der Mainstream von euch möchte. Und das ist ja dann auch nicht wirklich ein Style. Ich meine, wenn ich jetzt alles kaufe, was Off-White rausbringt oder halt Louis oder Hugo Boss oder so, dann habe ich ja auch keinen Style, sondern dann feiere ich einfach die Klamotten von einer Firma und kaufe die dann wahrscheinlich genauso, wie das von denen auch kombiniert vorgeschlagen wird. Ja, ich habe ja auch irgendwie ein, zwei Anzüge von Hugo Boss gekauft, ne, mit Hose und passendem Pullover oder Hoodie. Das ist ja dann auch kein Style, wenn ich das trage, weil das ja schon ein vorgefertigtes Outfit ist, was ich einfach für mich persönlich hübsch fand und was ich dann halt trage. So, und andere sagen dann vielleicht, boah, mega hässlich, andere sagen aber, vielleicht sieht halt mega gut aus. Und dass ich einen sehr komischen Geschmack habe bei Klamotten, das merke ich halt. Ich habe ja auch diese orangene Jacke mir geholt gehabt für den Winter jetzt, die nicht so unglaublich warm hält wie gehofft, aber es ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Man kann das auf jeden Fall noch überleben. Und da zum Beispiel das Gleiche, als das meine Freundin gezeigt hat, meinte die auch so, Bro, Digga, das sieht aus wie ein Müllmann, kauf dir die bitte nicht so, bitte nicht. Und dann drei Tage später kam dann halt mit der Post die Jacke, wo sie auch meinte so, yo, Bro, das ist halt schon hart. So, und mir persönlich gefällt sie halt aber so. Dann ist das ja auch nicht der Style meiner Freundin, aber das heißt ja nicht, dass ich keinen Style habe, sondern das heißt ja halt einfach nur, dass ich halt einen anderen Geschmack habe als sie. So, und ich finde, das verwechseln halt viele Leute einfach immer irgendwie. Und ja, wollen damit halt einfach irgendwie andere runter machen. Also ich weiß, ich habe immer so das Gefühl, dass halt viele Leute sowas halt auch einfach sagen, weiß ich nicht, um halt irgendwie einen Kritikpunkt oder so zu haben. Also mir ist es ja grundsätzlich halt egal, was so andere darüber denken. Also meine Klamotten kosten mehr, als das, was du einen Monat verdienst, Kappa. Nein, aber mir ist es halt grundsätzlich egal, weil ich einfach das trage, was ich halt mag. Und entweder Leute finden das halt gut oder halt nicht. Also was andere denken, kann mir egal sein. Mein Leben läuft ja gut genug. Trotzdem fand ich das aber einfach mal ganz spannend, da auf jeden Fall ein Video zuzumachen. Ich glaube, viel, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also wie gesagt, die Aussage ist einfach, es gibt theoretisch nichts, was kein Style ist. Es gibt einfach nur verschiedene Styles und verschiedene Ansichten, was halt Kleidung betrifft. Und jeder Mensch muss es halt für sich selber festsetzen. Und es gibt halt Leute, die vielleicht eher den Geschmack vom Mainstream treffen. Ich persönlich gebe auch zu, habe einen sehr ausgefallenen Geschmack. Ich feiere zum Beispiel gerade Monogrammsachen. Deswegen habe ich mir den MCM-Anzug geholt, ein paar Sachen von Louis, weil da halt die Monogrammsachen drauf sind. Und habe auch von Lacoste irgendwie zwei, drei Sachen, wo das drauf ist. Das ist halt so ein wiederkehrendes Element in meinem Kleiderschrank. Und damit bin ich persönlich zufrieden. Und wenn es euch nicht gefällt, dann ist es ja okay. Aber dann heißt das ja nicht, dass ich keinen Style habe. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, meine Freunde. Was ist das hässlichste Outfit, worin ihr mich gesehen habt? Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Bye.